Am Tag vor der Bundestagswahl werben die Parteien noch einmal für ihre Programme. SPD-Kanzlerkandidat Scholz war in seinem Wahlkreis in Potsdam unterwegs, um noch Unentschlossene zu überzeugen. Dort konkurriert er mit der grünen Spitzenkandidatin Baerbock auch um ein Direktmandat. Unionskanzlerkandidat Laschet trat mit Bundeskanzlerin Merkel in seiner Heimatstadt Aachen auf. Stefan Stuchlik in Berlin beobachtet für uns den Tag vor der Bundestagswahl. Eigentlich ist ja längst Schluss, wir haben es gerade gehört, der Wahlkampf offiziell beendet. Und trotzdem machen alle Kandidaten weiter. Warum? Weil es nach aller Voraussicht nach ein ganz, ganz enges Rennen werden wird. Nicht nur die Meinungsforscher gehen davon aus, wir haben auch Stimmen aus den Parteien, auch die haben ja eigene Zahlen, dass es möglicherweise wirklich eng werden könnte. Es könnte sein, dass bei ungefähr 62 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland es am Ende wirklich auf ein paar Tausend Stimmen ankommt. Und selbstverständlich versucht da jede Partei auf dem letzten Meter noch, die eigenen Anhänger zu überzeugen, möglicherweise sogar noch unentschlossen auf ihre Seite zu holen. Da macht es überhaupt nichts, dass gestern offiziell Wahlkampf-Endveranstaltungen stattgefunden haben, bei der Union, bei der SPD, bei der FDP. Nein, man macht weiter, das ist legal, das ist vollständig zulässig. Und angesichts der Sachlage werden das die Parteien auch wirklich vermutlich bis zur letzten Minute tun. Aber jetzt ist natürlich nicht mehr die Zeit, das Wahlprogramm nochmal durchzudeklinieren. Da stellt man das vermeintlich Wichtigste in den Fokus. Was ist denn das für Union, für SPD und die Grünen jeweils? Bei der Union ist auf den letzten Metern ein Klassiker zu hören. Der hat möglicherweise bei manchen anderen Bundestagswahlen schon funktioniert. Das bleibt abzuwarten, ob das auch diesmal klappt. Nämlich die Warnung vor einem Linksruck in Deutschland. Armin Laschet hat ja gesagt, wenn ihr Olaf Scholz wählt, dann bekommt ihr nicht Olaf Scholz. Ihr bekommt die linke SPD, ihr bekommt Borjans, ihr bekommt Esken. Angela Merkel ist gestern auf derselben Wahlkampfveranstaltung noch weitergegangen und hat gesagt, wenn ihr die SPD wollt, bekommt ihr möglicherweise die Linken. Das wäre das Ende der NATO. Jeder weiß ja, dass die Linken Probleme mit der NATO haben. Also Angst vor einem Linksbündnis, das ist die Botschaft, die die Union ausstrahlt. Die FDP versucht sich erst die bessere Finanzpartei darzustellen. Christian Lindner ist der beste Finanzminister. Da wird vor allem darauf gesetzt zu sagen, wir werden keine Steuern erhöhen. Mit uns wird es keine Vermögensteuererhöhung bekommen. Und die SPD und die Grünen bleiben eigentlich bei ihren Botschaften von Anbeginn des Wahlkampfs. Die SPD mit einem möglichst sozialen Profil. Und bei den Grünen ist der Hauptsatz, der den Annalena Baerbock immer gern Anfangs und Ende ihrer Veranstaltungen zitiert. Diese Regierung, die nächste Regierung, wird die letzte sein, mit dem man den Klimawandel aufhalten werden können wird. Und das ist die Botschaft, bei der sie bis zur letzten Minute, vermute ich, bleiben wird. Nun haben wir ja im Beitrag gesehen, dass Olaf Scholz schon etwas anbandelt mit den Grünen. Die gehen jeweils dann auf Abstand. Wie schätzen Sie das ein? Wird bereits sondiert, noch bevor gewählt wurde? Natürlich unterhält man sich. Natürlich gibt es Aussagen im Wahlkampf. Scholz, Sie haben es gerade gesagt, hat gesagt, er würde am liebsten mit den Grünen regieren. Von Lindner gibt es die Aussage, dass er am liebsten Jamaika machen würde. Also eine schwarz-grün-gelbe Regierung. Aber man muss natürlich ganz ehrlich sagen, wir werden uns alle vermutlich morgen um 18 Uhr in die Augen gucken und erst mal das Tableau betrachten. Denn es ist alles möglich. Es scheint zwar unwahrscheinlich, aber es könnte sogar für eine Zweierkonstellation möglicherweise reichen. Und da wir wissen, dass sämtliche im Parlament vertretene Parteien mit Ausnahme der AfD koalitionsfähig sind, könnte man sich die gesamten Konstellationen schön ausdenken vorher. Aber wir werden morgen erst wissen, was möglicherweise und wirklicherweise dann als Koalitionsoption, als Regierungsoption auf dem Tisch liegt. Dankeschön, Stefan Stuchlik in Berlin. In Mecklenburg-Vorpommern und Berlin sind die Bürgerinnen und Bürger morgen neben der Bundestagswahl auch zur Wahl ihrer Landesparlamente aufgerufen. In Mecklenburg-Vorpommern liegt die SPD von Ministerpräsidentin Schwesig nach Umfragen vor den anderen Parteien. Dagegen muss der Koalitionspartner CDU mit Einbußen rechnen. Grüne und FDP hoffen auf einen Wiedereinzug in den Landtag. Aber woher kommt dieser große Rückenwind für Manuela Schwesig? Nachgefragt dazu bei Coraline Koch in Schwerin. Noch im Mai lag ja die SPD bei 23 Prozent. Jetzt sind wir schon bei 40. Wie ist denn dieser schnelle Erfolg zu erklären? Ja, das liegt vor allem an dem Erfolg der Spitzenkandidatin Manuela Schwesig. Sie konnte sich schon während der Corona-Pandemie als Retterin, als Landesmutter präsentieren, die ihren oft harten Kurs aber eisern durchgezogen hat. Das sorgte oft auch bundesweit für Aufsehen. Also bei vielen Bund-Länder-Gipfeln, da stach sie unter den anderen Länderchefs heraus, weil sie oft eigene Wege gegangen ist. Wenn es da Kritik gibt oder gab, dann zielen die ja auf die oft ein bisschen roboterhaft wirkenden Statements von Schwesig ab, die oft starr und eher auswendig gelernt klingen. Aber das wirkt sich nicht negativ auf ihre Beliebtheit hier im Land aus. 69 Prozent der Menschen sind mit ihr zufrieden. Und genau das hat jetzt die SPD hier im Land auch ausgenutzt für den Wahlkampf. Hat den komplett auf Manuela Schwesig ausgerichtet im letzten halben Jahr, quasi als One-Woman-Show. Die Frau für MV steht hier auf allen großen Plakaten, teils aber auch sogar ohne, dass da SPD draufsteht. Also auf vielen Plakaten ist tatsächlich nur Manuela Schwesig zu sehen oder das Gesicht von Olaf Scholz. Aber allen ist hier bewusst, dass sie Olaf Scholz eigentlich für den Wahlkampf hier gar nicht braucht. Im Gegenteil, man fragt sich hier eher, wie weit die Ergebnisse der Landes- und Bundes-SPD wohl auseinander liegen werden. Schwesigs Herausforderer Michael Sack, der liegt ja mit seiner CDU weit abgeschlagen dahinter. Warum hat er es dann offenbar nicht geschafft, die Wähler für sich zu begeistern? Also Michael Sack, das hat er auch selbst oft gesagt, ist in dieses Amt erst CDU-Landeschef und dann Spitzenkandidat für die CDU, ist da eher reingerutscht. Die einstige CDU-Offnung, Vincent Kokert, der war spontan sehr unerwartet zurückgetreten. Ein weiteres bekanntes Gesicht, Philipp Amthor, der war zu dieser Zeit in Lobbyismus-Vorwürfe verwickelt. Und dann sollte eben der Landrat Michael Sack es für die CDU richten, in einem Hauruck-Verfahren, kann man sagen. Und in dieser Position als Landrat ist er auch während der Pandemie zum Beispiel geblieben, setzte vor allem auf Sachlichkeit und blieb tatsächlich eher zurückhaltend während der ganzen Zeit. Und jetzt auch im Wahlkampf haben ihm einfach die großen Themen gefehlt und auch die Prominenz. Also wenn auf der einen Seite Manuela Schwesig mit Olaf Scholz tatsächlich mehrere Tage lang im Land hier unterwegs war, auf Wahlkampftour, gab es kurz danach einen Spontantermin von Armin Laschet, bei dem Michael Sack nicht mal anwesend war. Und das hat jetzt dazu geführt, dass eben fast jeder Zweite in Mecklenburg-Vorpommern Michael Sack gar nicht kennt. Und da dann mit einer bundesweit bekannten Ministerpräsidentin mitzuhalten, das dürfte sehr schwierig werden. Dankeschön für diese Einschätzung, Caroline Kock in Schwering. Denn nicht nur die Besetzung des Bundestags in Berlin wird morgen gewählt. Die Bürgerinnen und Bürger der Hauptstadt entscheiden auch über ein neues Abgeordnetenhaus. Im Wahlkampf-Endspurt dominiert neben Klimapolitik und Mobilität vor allem ein Thema und das ist Wohnen, denn die Mieten sind zuletzt stark gestiegen. Und passend dazu können die Berlinerinnen und Berliner auch noch in einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob große Wohnungskonzerne enteignet werden sollen. Und nachgefragt dazu jetzt bei Thomas Bittner in Berlin. Ein Volksentscheid also zur Enteignung von Wohnungskonzernen. Wie bedeutend ist denn dieses Votum tatsächlich? Es geht, glaube ich, um ein symbolisches Zeichen. Selbst die Unterstützer werden nicht glauben, dass es tatsächlich Enteignungen gibt. Es gibt ja auch nicht zur Abstimmung einen Gesetzentwurf, sondern nur einen Aufruf an den Senat. Und welche Parteien werden den Senat bilden? Nur die Linke unterstützt uneingeschränkt dieses Volksbegehren, diesen Volksentscheid. Alle anderen Parteien sind sehr skeptisch. Franziska Giffey von der SPD lehnt ihn ab. Die Grünen meinen, Ultima Ratio wären solche Enteignungen. Und alle anderen Parteien, die jetzt im Abgeordnetenhaus sitzen, lehnen diesen Volksentscheid ab. Da wird es aber wohl kaum eine Mehrheit in einem neuen Senat für eine solche Entwicklung geben. Aber es könnte ein Signal werden. Schauen wir doch mal auf die Umfragen. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, der tritt ja nicht mehr an. Stattdessen geht, Sie haben es gerade eben gesagt, Franziska Giffey, ehemalige Bundesfamilienministerin als Spitzenkandidatin der SPD ins Rennen. Wie stehen denn Ihre Chancen? Ihre Chancen stehen nicht schlecht. Sie ist vorn. Das liegt daran, dass die SPD vorn liegt. Und das hat sicherlich etwas mit Olaf Scholz zu tun. Das sah mal anders aus in Berlin. Ganz am Anfang des Wahlkampfs, da waren die Grünen noch vorn. Aber sie haben eine relativ unbekannte Spitzenkandidatin, Bettina Jarasch. Und da ist das Pfund von Franziska Giffey, dass sie natürlich eine sehr beliebte, eine sehr bekannte Politikerin ist. Sie war ja auch mal Bezirksbürgermeisterin und ist eine sehr anpackende Frau. Das kommt offensichtlich in Berlin an. Also die SPD liegt zurzeit vorn. Danke schön. Thomas Bittner in Berlin.